hallo jeder xaver mit hunt showdown wieder random multiplayer games und ja und dann merke ich mir jetzt auch mal wie ich das richtig am besten in welche reinfall bringen wir hier auch immer hunt showdown hatte mir gestern so viel spaß gemacht mit dem doch mal wieder so zu spielen dass ich mir sage das machen wir heute noch mal so zwei drei folgen und dann schauen wir einfach mal ich hier werde natürlich jetzt erst mal schnell karten die lade sequenz will ich euch nicht antun ich werde hier wieder natürlich wieder auf random schalten und ganz zum schluss gleich wieder denke ich wieder auf eine pistole schalten mal schauen bis gleich und da bin ich wieder ansage so da haben wir es am besten und wir haben eine mache mach hätte und gut gegen ist jetzt so vielleicht dürfte das kein großes problem sein aber ja stelle fest dass ich seit dem baum auslassen können also hinter mir der ok weit weg scheint das nicht zu sein ja ich habe erst vergessen gehabt das auf 1000 von 1080 auf 27 zu schalten die auflösung hast du so nebenbei so festgestellt toll hast du schon angefangen und hast immer noch 1080 drin ist ja nicht unbedingt das was ich will so und jetzt erst mich in ruhe und ich lasse euch in ruhe gegen einen komme ich vielleicht einer und nicht gegen alle da sieht auch einer an das könnte helfen und ein hammer aber ich habe ja die macht also ich denke mal schon dass die machete gut genug sein wird soll ich mir das mal gönnen ich gucke mal ob das gut geht wenn ich schon so doof herumstehen kann ich das auch mal nutzen das ist natürlich die frage ist das denn alles aber die munition wieder drin soll es anscheinend sein ach ja das ist doch ein suit wir haben aber hier unten noch eins gar nicht so weit weg genau hier unter zu sein der dinger finden das geht ja um thema relativ schnell und wo ich hier unten ich habe das gefühl dass ich hier total falsch bin was weiter entschuldige dass ich gerade ein bisschen schnaufe ich habe ein bisschen schnuppen wo 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 Oh. Naja, ich kann ihn da nochmal hoch und mich durchheilen lassen. So, das wäre Nummer 2. Ne, wir haben die, die ist eigentlich ganz gut. Da hinten? Die sind da gar nicht so weit weg. Ah ja, komm. Oh Leute, ich weiß, ich schnaufe gerade ein bisschen sehr viel. Also ich atme auch ein bisschen tiefer ein, dass es... und aus. Logisch. Das war ja nicht aus Sapke, ich hab einfach nur... eine fast zuue Nase. Da mal sich hin, okay. Ja, ja. Da haben wir sie schon. Da haben wir sie jetzt. Ich verstehe. Das wär's dann wohl. So, drei haben wir. Eins fehlt noch, was da hinten ist, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich brauch das Leben. Äh, brauchen wir nicht, brauchen wir höchstens da nochmal Munition. Oh, tschuldigung, aber das war ja gerade ein bisschen, ich hatte eh nur noch ganz wenig den davon jetzt ab. Gut. Ich guck mal gerade, wie viel das jetzt war. Ach, jetzt dürfte ich eigentlich genug Zeit. Ich, ich schau erstmal, wie es mit der Statistik aussieht. Ich guck mal gerade, wie es mit der Statistik aussieht. Also, IP-technisch nutze ich das inzwischen. Ich muss auch ehrlich sagen, inzwischen bin ich viel, viel, da fühle ich mich viel, viel sicher in dem Spiel. Ähm, liegt auch jetzt daran, dass ich jetzt ein bisschen Erfahrung habe und ich inzwischen auch weiß, wie ich da am besten rangehe. Ich, äh, ja, ähm, also gut, andere Kinder, äh, andere Hunter, Hunter, wir sind ja nicht im Dead by Daylight, ähm, sind natürlich immer noch so ein kleines Problem, aber solange die nicht wie in der einen Folge irgendwo in weiter Ferne sind und einen einfach wegsnipen, ähm, also wirklich einfach irgendwo herumcampen, ist das für mich in Ordnung. Das gerade war, das ist zwar in Ordnung, auch wenn ich mich aufrege, das finde ich dann immer noch in Ordnung, weil das ist wenigstens ein Kampf. Und das andere ist einfach nur, oh, ich stehe irgendwo doof herum und, äh, schieße einer. Das ist, äh, ja, das ist dann auch so langweilig. Gut, ähm, ich schaue nur kurz, wie lange die Folge ist und dann mache ich gleich Abmoderation, falls, so will ich jetzt ansonsten, mache ich weiter. Bis gleich. So, das ist definitiv ausreichend, äh, also die Gameplay ist mindestens 10 Minuten drinne. Super. Und, ähm, ja, dann geht es gleich weiter mit der nächsten Folge. Ich überlege ja nur gerade, ob ich es doch noch ein bisschen mehr abführe. Äh, nein, ich, ich mache sowieso dann noch zwei Folgen und dann kann ich ja eine davon länger machen. Ja, würde ich sagen, dies war es erstmal von der Folge von, äh, dem Multiplayer-Games, halt von einem random Multiplayer-Game, äh, Hunt Showdown, oh Gott, ich, ich meine, man sieht ja nirgendwo, Titel, traurig, wenn man es dann aber nicht weiß, wenn man es gerade spielt, ne? Nee, ähm, Spaß war es, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, euer Dugsaver, bis dann.